Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Metzger Peter Walz stellt in seiner Metzgerei in Mainz-Mombach regelmäßig ausgefallene Bratwürste her. Neu im Sortiment hat er seit kurzem eine Marshmallow-Wurst. Die Idee dazu kam ihm jedoch nicht von allein. Um Kindern die regionale Wurstherstellung näherzubringen, hatte er eine Kindergartengruppe zu Besuch, die den Anstoß für die außergewöhnliche Kreation lieferte. Was ihm zunächst verrückt vorgekommen sei, habe er dann allerdings in die Tat umgesetzt, so Walz. Auch wenn den meisten Kunden seine Experimentierfreudigkeit bekannt sei, stünden viele dem Gedanken, süß und herzhaft kombiniert zu essen, noch skeptisch gegenüber. Oft siege dann aber die Neugier. Besonders bei Kindern und Grillfans hätten die Würstchen großen Anklang gefunden. Um regelmäßig Raum für neue Ideen zu schaffen, wird das Produkt saisonal angeboten. Dabei möchte der Metzgermeister auch immer die Regionalität hervorheben. Als nächstes ist daher eine Frankfurter Bratwurst geplant. In einer Wohnung im Alzeier-Wächters-Path wurde die Leiche einer älteren Frau entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, sei die Frau bereits vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren verstorben. Das Seltsame an der Geschichte, die Tochter der Verstorbenen habe die ganze Zeit über weiterhin im selben Haus gelebt und sei scheinbar normal ihrem Alltag nachgegangen. Das berichten die Nachbarn. Die Polizei wurde schließlich gerufen, nachdem Ämter sich wegen der Seniorin erkundigen wollten und die Tochter nicht kooperativ war. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass die Tochter etwas mit dem Tod zu tun habe. Die Menschen in der Nachbarschaft beschreiben das Leben der beiden Frauen als ruhig und zurückgezogen. Niemand vermisste die Verstorbene. Eine Woche nach dem Leichenfund im Wächterspfad sind die Rohläden des Hauses tief heruntergezogen, der Garten verwildert. Was bleibt? Am Garagentor klebt das amtliche Siegel des Polizeipräsidiums Mainz. Wer es beschädigt, steht darauf, mache sich strafbar. Knapp 200 junge Tänzerinnen führten am Samstagnachmittag in Niederolm den Ballettklassiker »Schwanensee« auf. Doch während die Kinder tanzten, flogen draußen zwischen den Angehörigen die Fäuste. Ausgangspunkt war laut Tanzlehrerin Nicole Schönewolf, dass eine Mutter sich aufstellte, um den Auftritt ihrer vierjährigen Tochter zu filmen. Weil sie dadurch die Sicht des Großvaters eines anderen Mädchens behinderte, wies der sie unwirsch zurecht. Daraufhin kam es zum Streit, in den sich auch der Vater der vierjährigen Tänzerin einmischte. Der Bühnentechniker habe die Gruppe anschließend nach draußen gebeten. Dort habe der Großvater eine sehr niveaulose Bemerkung in Richtung der Mutter abgegeben, so Schönewolf. Daraufhin habe deren Lebensgefährte dem Opa auf die Nase geschlagen. Von all dem bekamen die Tänzerinnen und Gäste in der gut besuchten Halle nichts mit. Aus dem Vorfall hat Schönewolf mittlerweile Konsequenzen gezogen. Beiden an dem Streit beteiligten Familien hat sie fristlos gekündigt und ihnen lebenslanges Hausverbot erteilt. Nachdem er in der Rückrunde keine Rolle mehr im Verein gespielt hat, stand Abwehrspieler Maxim Leitsch bei Mainz 05 bereits kurz vor dem Absprung in Richtung Ruhrgebiet. Schalke 04 und sein ehemaliger Klub, der VfL Bochum, haben großes Interesse an dem 25-Jährigen. Doch inzwischen hat sich die Konstellation geändert. 05, Trainer Bo Svensson sprach zum Trainingsauftakt ein Machtwort, Leitsch bleibt. Zunächst zumindest. Es ist nicht so gelaufen, wie sich beide Seiten das vorgestellt haben, sagt Svensson. Ich weiß aber, welche Qualität er hat. Leitsch ist für mich ein Bundesligaspieler, der Mainz 05 helfen kann. Der 25-Jährige ist somit wieder mittendrin in der Verlosung um die Plätze in der 05-Abwehr. Wenige Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hat Streaming-Anbieter Dazon seine Abo-Modelle für Neukunden umgebaut. Dabei gibt es indirekte und direkte Preiserhöhungen, allerdings nur für Neukunden. Doch der Reihe nach. Das Modell Dazon Unlimited ist weiterhin das einzige Pakte, in dem alle Dazon-Inhalte verfügbar sind. Dies kostet bei Neuabschluss 29,99 Euro als 12-Monats-Abo oder neuerdings 44,99 Euro als monatlich kündbares Angebot. Neu ist auch, dass es künftig das einzige Abo ist, in dem Bundesliga und Champions League laufen wird. Denn wer auf diese beiden Wettbewerbe verzichten will und nur alles andere sehen möchte, kann sich das neue Modell Dazon Super Sports bestellen. Es ist der Ersatz für das im Januar eingeführte Dazon Standard-Abo und kostet 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif oder 5 Euro mehr bei monatlicher Kündbarkeit. Das dritte und günstigste Paket Dazon World ist weiterhin bei monatlich kündbarer Variante für 9,99 Euro zu haben. Im Jahrestarif sind es 6,99 Euro pro Monat. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbarner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de